Das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Nein, jetzt nicht, Stinky. Meister, da ist noch eine Landeplattform. Da steht sogar ein Schiff. Gute Arbeit, Stinky. Und wie kommen wir jetzt da rüber? Überlass das ruhig mir. Ich hoffe, dass ich das nicht auch lernen muss. Wo ist Skywalker? Ich bin hier, Ventress. Wer?